Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und willkommen zum rück, zum Dosen zerschießen, Blechdosen. Wir sind ja letztes Mal gestorben, wir wurden quasi neu geladen. Könnte sein, dass wir unten da wieder hacken müssen. Schrecklich, ja, Foto schrecklich. Das Problem war ja letztes Mal, dass die Leute, die hier langmarschieren, so wie Imchen hier, einfach mal nervig sind und stören. So, wir machen jetzt auch kurz und schmerzlos. Jetzt terminieren wir mal rum. Wir werden alles zerstören, jede einzelne Blechdose. Mal kurz. Na gut, vielleicht nicht jede einzelne, aber kommen die schon? Nein, komm. Ah, schnell, 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 schnell. Achso, das waren die Raketen, wollte ich schon sagen. Achso, einmal drücken reicht. Ne, das geht noch nicht. Hier, wisst ihr was? Das testen wir jetzt mal gleich. Die laufen auch sehr gut zusammen. Ein Pärchen-Formation. Das gefällt mir. Nein, es war zu spät. Alter, ramba, zamba. Ey, das war ja... Oh. Na, kuschelt ihr jetzt miteinander, ihr Blechdosen? So, jetzt kriegen wir von hier erstmal... ...keinen Stress mehr. Kriegen wir den vielleicht von hinten gemessert? Ich hab noch keine Ahnung. Wie messer ich denn jemanden hier? Ach ja, jetzt müssen wir mal die Waffe ersetzen. Wohin, bloß Handelsware. What? Fuck, 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 fuck. Ich weiß nicht, was das gerade war. Es war auf jeden Fall riesengroß. Alter Schwede. T47. Zwei Miniguns. Wo ist jetzt der T800? Ach, der läuft... Achso, der läuft einmal eine große Runde. Quasi. Nee. Jetzt werden wir mal den gleich mal... hier von hinten Messern. Klingt unglaublich. Ich kann mir auch nicht... nicht vorstellen, dass das funktioniert. Terminiert. Bam, 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 bam. Kriege ich das Messer wieder? Oh, er hat mich schon wieder gesehen. Kriege ich das Messer wieder? Warum kriege ich das Messer nicht wieder? Und warum ist der auf einmal tot? So, jetzt kommt noch letztes Mal... Da haben wir doch schon mal hier ein bisschen gehackt, ne? Ist die Tür wieder offen oder ist sie zu? Oder sieht zu aus? Müssen wir nochmal hacken? Space Frog! Fuck you. Klappt's. Jetzt gucken die meine Richtung. Jetzt gucken sie weg. Guck der in meine Richtung. Und... Jetzt hacken wir den mal weg. Fuck. Ah, das wird schon... Nein! Ah, hier unten ist einer. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir den anderen Typen von oben irgendwie kriegen. Scheiße. Hey, los! Dose, Tom! Mach den tot! Ich bin mutig! Ich bleibe stehen! Wollte ich schon sagen, kill dir doch mal! Guter Geschützt, Tom. Trav gemacht. Ah, da oben wird's scheiße werden. Da oben wird's scheiße werden. Gibt's nur diesen einen Punkt zum Hochkommen? Ah. Guckt doch gar nicht in meine Richtung, kann das sein? Boah, ja, wird noch schneller. Ey, fuck you. Fuck you. Ah, ha, 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 ha. Witzig. Achso, ich kann hier auch... Scheiße, bin ich doof. Was ist das denn da hinten? Können wir das fotografieren? Schrecklich. Oh! Der sieht mich. Törmchen, dreh dich. Oh. Das war genauso genial. Scheiße, scheiße, scheiße. Hier ist irgendwo einer. Hä, ist hier kein... Hä, ist hier kein... Lass mal, Generator. Boah, ich muss das Hacken irgendwie besser machen. Zack. Das gleiche weiter, boom. Ich gehe lieber hier in die Ecke. Plasm Storage Distort. Good to hear, Rivers. Now proceed with your mission. Außenposten erledigt. Terminiert. Yeah. So, können wir das auch gleich machen, bevor ich sie wieder vergesse. Waffen, Waffen, Waffen. Sprengstoff könnte man auch verbessern. Tarnung. Wir sind Grotten schlecht in Tarnung. Schlösser knacken, knacken, hacken. Hacken. Also, ich glaube, einen dritten Punkt brauchen wir nicht. Da würde ich eher Schlösser knacken machen, aber... Härte, da stecken auch nicht viel ein. Nebenmissionen. Ja, wir haben so viele Nebenmissionen. Wir kommen hier gar nicht zurück. So, ist der noch draußen? Oh, ja. Hat da oben noch Raketenwerfer? Oh, da hat er gerade was zerlegt. So, wie komme ich jetzt hier raus? Dass wir mit dem Runterfallen war jetzt nicht geplant. Ich habe eigentlich auch gerechnet, dass hier noch einer ist. Achso, und wir sind immer ein bisschen sparsam. Nehmen wir erstmal die Rohrgranaten. Achso, den einen Torm habe ich jetzt da auch noch übernommen, weil ich das System übernommen habe, ja? Der ist in den Eimer. Schlecht. Qualität zu niedrig. Wie sieht denn der so aus? Ich habe ihn noch gar nicht gesehen. Hat der überhaupt einen Schwachpunkt? Das ist voll gut, du Arschloch. Was ist denn da passiert? Hat der noch einen Jackpack oder sowas? Ich spiele nicht hier McWarrior? Apropos McWarrior. Ist das nächste Spiel, was ich mir kaufen werde. Hier. Friss Rohrgranate. Har ich den Schädel weggeballert? Oh, der ist sauer. Der ist sauer. Habt ihr gesehen? Der ist sauer. Aber der ist halt riesengroß und ich bin klein und beweglich. Aber der hat halt alles. Alter, ich werde dich sowas von ficken, die Blechdose. Okay. Das ist jetzt eine ganz scheiße Position. Eine noch. Oh, die war daneben. Das ist ja auch nicht so ballert. Eigentlich, die Waffen, die er hatte, müsste eigentlich... Ops. Der müsste das ganze Gebäude wegballern, ey. Aber mir soll es recht sein. Ich bin feige. Ich bin ein Überlebender. Vom Widerstand. Was ist das, Blechdose? T-47 neutralized. Yeah. Neutralized. Ja, scheiße. Ich hätte mal ein Bild machen sollen. Fuck, das ärgert mich jetzt. Bap, 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 bap. So. Du musst doch bestimmt jede Menge Schrott für mich haben. Eigentlich eher enttäuschend. Alter, wie viel Munition wir für dieses M16-Baller-Ding haben. So, Dietrich Mittel. Aber wie gesagt, ich wollte es nochmal sagen. Falls... Ich weiß nicht, ob ich es nochmal gesagt habe. Das Spiel ist jetzt nicht auf dem Niveau von einem Wolfenstein oder Doom. Von der Technik her. Aber trotzdem ist es Terminator. Und ich habe trotzdem... Es ist halt ein bisschen dieses Feeling da, was man so früher halt hatte. Und man hat auch übelsten Respekt. Also ich habe übelsten Respekt vor den 800ern immer noch. Obwohl ich die leichter weggebuttert bekomme als jetzt den T-47. Ich weiß auch gar nicht... Könnt ihr... Wenn ihr wisst, ob es den irgendwie mal gab. Bestimmt nicht im Film. Aber vielleicht gab es Comics davon. Oder vielleicht habe ich den dann auch wieder vergessen. Der war vielleicht in einem Film drin, den ich nicht so häufig gesehen habe. Zum Beispiel wie Terminator 3. Ich glaube, den habe ich sage und schreibe vielleicht zweimal gesehen. Aber hier gibt es noch so viele Sachen zu erkunden. Das ist ja geil. Was ist das denn für eine Mission? Kreide. Ja, machen wir auch. Kreide, volle Überraschung. Dann gehen wir jetzt als nächstes hin. Zurück nach Pasadena. Ne, ich bin nicht zurück nach... Warum soll ich nach... Das ist das Hauptsinn. Mission heißt so, ne? Gut. Äh, ich habe meine erste Aufgabe als Mitglied... Achso, ja. Ich dachte... Finde einen guten Aussichtssiekons. Haken wir Schaden damit? Näh, natürlich nicht. Wo ist er? Der trifft mich nicht. Alter. Die haben bestimmt später ein Software-Update bekommen, dass die effektiver ballern können. Ohohoho. Ich hab überhaupt keinen Schaden gemacht. Ach du Kacke. Oh, nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Wieso macht man G und H zusammen? Nebeneinander, nein. Scheiße, nein. Nein, bitte. Lass mich jetzt nicht noch mal diesen T-47 platt machen müssen. Oh, fuck. Echt jetzt? Oh, wenigstens etwas. Aber der existiert noch. Der ist sauer. Okay, den T-47 müssen wir mal platt machen. Das machen wir auch hier. Oh, der ist ja schon da. Alter. Und weg, 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 weg. Okay. T-47, das zweite Maß. Tut mir leid. Ey, wir müssen... ...kriegen wir gleich wieder rein und speichern. Kriegen wir den vielleicht an so ein Ding näher range... Ah, hinten habe ich keine Deckung. Ah, hinten habe ich keine Deckung gehabt. Ist er beschäftigt? Oh. Oh, Handelswaffen. Okay, das war's mit dem... Oh, existiert noch. Was ist das für ein Plasmagelb-Behälter? Jetzt schön mal da auf die Fresse. Ach so, der kommt hier gegen die Mauer. Weil der kommt doch nicht weiter im Müll einfach nicht. Vielleicht hängt der doch irgendwie zusammen. Äh, fest meine ich. Okay. T-47 neutralized. So. Ach, der letzte Satz hat noch heile. Die Kiste hat mal gelootet. Das Objekt wahrscheinlich auch, weil das hat zu uns gehört. So, und bevor wir jetzt irgendwas machen, renne ich nochmal hoch. Tut mir leid, dass wir jetzt zweimal gegen den Camp... Ach, wir müssen uns gleich. Einfach mal sichern. So, und auch gemerkt, wir können eigentlich auf und weise Munition von der M16 verkaufen. Habe ich in der Ecke noch was? Ah, hab ich auch vorhin übersehen. Sehr einfach zu hacken. Das Hackenspiel geht mir aber langsam auf den Keks. Kriegt man eine Abneigung von Skynet hier so. Ah, ich hasse Skynet. So. Jetzt müssen wir die wieder öffnen. Ein Hauch von Edson's. Ah. Na gut, die Save-Points hätten sie auch nochmal besser machen können. Weil ich denke mal, wenn du mal so einen Typen mit einer Mission gemacht hast, wie diesen T-47, könnte man ruhig mal Autosave drin haben. Hat ja bei der Basis ja anscheinend auch funktioniert. So. Hey, du Pussy, kommst du her? Lech, schnucki. Ja, kommst du her? Ich treffe genauso gut wie die K.E. Gar nicht, treffe ich. Oh, das waren ein paar schöne Kriter. Kriterische Treffer. Alter, wir haben ihn so zerlegt. Oh, ist da noch einer? Ja. Warum kommt ihr nicht her? Ist der Weg euch zu weit? Ja. Geht doch. Keine Gnade für Roboter. Leider kann ich die ganze Sache nicht mitnehmen. Plasma-Waffen. Und hier gibt es so viel zu gucken, Mann. Fuck. Weißt du gar nicht, was du erst gucken sollst. Wo ist denn die zweite Dose? Und ich muss mir alles angucken. Das geht nicht anders. Ah, hinten läuft einer da rum. Oh, wird überlebt. Okay. Das ist der 808. Ich glaube, das war der mit dem Flammenwerfer hinten drauf. Wir haben jetzt keine Zeit für, für Jennifers Haus. Ich wollte den P-880 von hinten dran nehmen. Ja. Was ist denn? Da. Okay. Hätte mich auch gewundert. Feuer tut ihm gar nicht weh. Upsala. Ich hätte ihn noch ein bisschen näher rankommen lassen sollen. Hätte ich ein cooles Thumbnail gekriegt. Heute bin ich akkro. Vor allem, wenn ich weiß, dass ich 1500 Schuss mit mir rumschleppe. So, da war das Haus von Jennifer. Beware. Das war eine bestimmte Falle, oder? Da kommt die nächste Blechdose. Kriegen die automatisch mit? Hey, wir haben Kollegen verloren. Die schicken doch mal einen hin. Okay, dann gehen wir mal die Treppe rum. Da war hier noch was. Er kommt gerade. Runter gehen wir noch nicht. Wir fallen eher gleich wieder runter. Mal rauf. Bisschen luftig hier oben. Man hört die auch kaum, ne? Ja, scheiß hat sich hier richtig gut gelohnt hier oben. Dann müssen wir das, glaube ich, irgendwo runter. Aber nicht runterspringen. Das gibt kaputte Füße. Scannen wir noch mal ab hier. Scheint okay zu sein. Okay. Ja, hat er sich selbst gekillt? Ich glaube nicht. So, speichern tun wir auch nochmal. Wenn wir schon mal hier sind. Werkbank. Ja, stellen wir schon mal her. Weiß, ob wir da genug finden. Lassen wir mal jetzt hier her damit. Das brauchen wir gar nicht mehr herstellen. Dietrich auch nicht so gerade. Hier, davon konnten wir ein paar gebrauchen. Und dann haben wir auch erstmal genug hergestellt. Ach, nee, hier kannst du nicht. Ganz kurz gucken, ob man mit dem Inventar irgendwas zerlegen kann. Gegenstand fallen lassen. Was sieht es hier aus? Gegenstand fallen lassen, fallen lassen. Ech, egal. Schade. Leere Kreidepackung. Ha. Ihr verlangt das doch nicht von mir, dass ich mir das merken muss, oder? Okay, nee, die Schuhe brauchen wir nicht. Gut, dass wir auch Handelsware immer so mitnehmen können. Mittel. Vielleicht brauche ich auch noch neue Dietriche. Fertigkeitsbuch. Ja, es hat sich doch voll gelohnt. Zweiter Fertigkeitsbuch verfügt. Ich hatte gerade, ich habe zwei bekommen, aber wir hätten ja einen noch verteilen müssen. Es lohnt sich immer, bei Rollenspielen oder so, immer Schlösser knacken zu lernen. Immer. Das lohnt immer. Handelsware, Handelsware, Handelsware. Liebe Jennifer. Oh, Dietrich. Liebe Jennifer, ich hatte Angst davor, das Thema wieder anzusprechen, weshalb ich beschlossen habe, dir diesen Brief zu hinterlassen. Ich hoffe, du findest ihn auch. Ich glaube nicht, dass du und dein Bruder im Haus noch sicher seid. Etwas ist bei Ed nicht mehr in Ordnung. Und wir haben Angst, dass er auch etwas, äh, dass er euch etwas antun könnte. Er ist nicht der Mann, der er mal war. Wir werden morgen gehen. Und ich denke wirklich, ihr solltet mit uns kommen. Wir werden bis zum Sonnenuntergang auf euch warten. Ich schreibe dies nur mit der besten Absicht. Und ich hoffe, du verstehst das. Passt euch auf. Wow. Gut, jetzt habe ich absolut nicht aufgepasst. Ich glaube, sie hat erzählt, was mit ihrem Papa war. Ich glaube, ich muss das Video selber nochmal gucken, wo das war. Ähm, ja. Ja, voll verpasst. So, jetzt haben wir immer noch zwei Nebenziele. Skynet ausposten. Kreide voller Überraschung. Bevor wir zu Kreide voller Überraschung gehen, weil das da nah dran ist, gehen wir nochmal zurück hier nach Persedina. Wenn wir hier rauskommen. Nein, ich gucke immer, ich will immer die Schrot mitnehmen. Wir nehmen nicht die Schrot mit. Ähm. Gut, das habe ich jetzt vorher nicht gesehen. Oh, was hat man da? Schick, schick. Das hängt man so bei seiner Familie einfach mal im Keller. Ich glaube, Mathilde würde das nicht gut finden. Naja, Amerikaner. Vielleicht ist es da alles ein bisschen anders. So. Äh, wir müssen da einmal zurück. Kurz gucken, ob Blechdosen in der Nähe sind. Und diese Fabrikgebäude sieht aber auch interessant aus. Eigentlich ist immer hier alles interessant. Ach, da kommen wir dann hin. Okay. Dann rennen wir nochmal zurück. Das ist das Gebäude vor uns, ne? Ein Dosenalarm sagt 0. 0,0 Dosen. Ah, endlich. Handelsware. Das ist mir eindeutig zu ruhig. Wisst ihr das? Nee, das wollte ich nicht. Genau. Die kann zwar überhitzen, aber irgendwie finde ich die Waffe am geilsten. So. Ach komm, machen wir davon noch einen. Hiervon noch welche. 23. Wir wollen ja nicht übertreiben. Okay. Handelsware, Handelsware. Irgendwie trau ich hier dem Kram immer noch nicht. Komm mal hier irgendwie hoch, weil... Schöne Aussicht und so, ne? Oh, wir kommen noch mehr. Oh, wir kommen noch mehr. Also ich habe auch nicht so das Gefühl bisher, dass sich die Gebäude stark so wiederholen. Also... Klar, es sind alles Ruinen und ähm... Aber die Innereinrichtung ist zum Teil immer unterschiedlich. Bisher. Oder mir ist es nicht aufgefallen. Die Innereinrichtung, klar, die wiederholt sich. Alle haben so ein bisschen Arbeit reingeschickt. Und man findet auch überall immer was. Dass man auch ja immer weiter gucken will. Das ist genau das, was ich... Was mich immer so befriedigt, bei solchen Spielen. Man kann immer rumsuchen, umgucken. Und man wird immer belohnt. Man findet immer irgendwas. Auch wenn es nur eine dumme Handelsware ist, die man vorhin schon übersehen hat. Weiter hoch. Ah, ne, ne. Ach, fuck, da habe ich eine Kiste übersehen. Das heißt, wir müssen da gleich wieder hinlaufen. Ist ein Feind? Na, hinten sind wir auch noch nicht lang gelaufen. Aber ich glaube, auch da wird nichts sein. Ja, es hört sich stabil an. Perfekt. So ist perfekt. So. Mal gucken mal. Zwei in einer Reihe. Das gefällt mir. Da ist noch was. Hat sich ja voll gelohnt hier. So, jetzt müssen wir quasi... Ja, hier einmal lang. Und erst mal runter. Wir springen nicht einfach runter. Wir haben menschliche Beine. Vielleicht können wir uns das auch abhärten. Vielleicht sollte man doch langsam mal... Oh. Hier ist Treppenhaus kaputt. Vielleicht sollte man doch mal Punkte da reinstecken. Dass wir nicht immer gleich noch ein, zwei Treffer gleich... ...bezeilen müssen. Mal speichern. Na ja, da waren nur Munitionen, aber die brauchen wir. Mal gucken uns die Lagerhalle an. Waren wir in dem Gebäude. Mal gucken. Oh, da ist auch eine Kiste. Ich sag's ja immer wieder. Das Umgucken wird sich hier echt... ...belohnt. So, da war das Gebäude von Jennifer. Feind oder Müll? Kann nicht widerstehen. Och. Äh, hab ich mich grad von dieser Scheiß-Textur erschrocken? Wo ist er? Fakt vorbei. Peinlich. Entschuldigung. Ich muss ja grad sagen, es ist auch bei der Aufnahme hier gerade... ...ja, ich glaube, 22, 23 Uhr. Ich hab jetzt nicht auf die Uhr geguckt, so ungefähr. Es ist dunkel. Ich hab's jetzt gehört in einem Zimmer, wenn man zockt. Oh. Kann man doch... Oh, den kriegen wir auch mal auf. Weiß gar nicht, ob wir diese Art vom Russen aufhacken. Achso, aber ich dachte... ...ich hab's befeuert. Da geht's gleich weiter. Wollen wir kurz hier gucken. Der ist offen. Wie sieht's hier aus? Wow. Altmetall. Hat sich voll gelohnt. Oh. Dose. Drohnen. Ja, die Drohnen können wir mal mit dem M16 mal runterholen. Dafür ist ja auch mal die M16 noch da. So, das war's ja schon. Oh, hier liegt auch noch Stoff. Das sieht nicht sicher aus. Ich mach mal die Tür zu. Jetzt fühl' ich mich gleich sicherer. Oh, das war doch einfach. Mal ein Stück zurück. Oh, das gibt's doch nicht. Ich könnte mir echt vorstellen. Also, ich hätte's eingebaut manchmal, so Überraschungseffekte. Das fände ich nicht vielleicht so häufig, also vielleicht so ein-, zweimal, dreimal im Spiel, dass wenn du so eine Tür öffnest, dann so ein T-800 hinter dir steht, äh, direkt vor dir steht. Die man vorher nicht sehen konnte, weil irgendwie, keine Ahnung, hat seine Tage, die Tür ist aus Aluminium. So, terminiert. Hätte man ihn ja machen können. Oder so kaputte Terminatoren, weißt du? Das wäre auch cool gewesen. Das könnte interessant sein. Das ist ein Plasma-Gewehr, wie ich habe, bloß mit Scope. Muss ich das leider fallen lassen? Und, ja, wir haben echt zu wenig Slots. Vielleicht sollte ich... Nee. Wir machen jetzt nochmal Fertigkeiten. Ich hab gesagt, letztes Mal hacken. Hacken, hacken, hacken. Pass auf, und dann brauchen wir erstmal kein Hacken mehr. Dann hätte ich gern Rucksackstufe 3. So. Ja, Herze habe ich ja auch gesagt. Ja, man kann so viel Altes gebrauchen, aber... Machen wir jetzt nicht. Kann ich das Plasma-Gewehr wiederhaben, was ich jetzt verloren habe? Ah. Es ist irgendwie verschwunden. Ah, da liegt's. Dann nehmen wir das nochmal mit. Kann man verkaufen oder sonst was mitmachen. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Es ist ja eigentlich identisch dieselbe Waffe, ne? Also, sie hat mehr Stabilität. Und die Feuerrate ist von Grund auf besser. Okay, können wir diese Waffe verbessern? Oh, es ist jetzt richtig Porno werden. Richtig gut. Schaden. Ladestreifen. Mehr Munition. Das wäre natürlich richtig Bombe, weil... Die Waffe... Ähm... Ey, wir können die richtig... Ja... Ich hätte aber gerne irgendwie Schaden... So Schaden hätte ich gerne. Ah, das passt nicht mit Ladestreifen überein. Kann man die später wieder ändern? Wartet mal ganz kurz. Wenn ich jetzt den hier nehme und sage, hey, ich will die verbessern. Kann ich die dann bearbeiten? Oh ja, es geht. Der hat aber auch schon Ladestreifen. Drinnen. Schaden. Schaden. Ähm... Ich glaube, das können wir eigentlich so ähnlich machen wie hier. Können wir die ausbauen? Ja. Perfekt. Ja, übernehmen. Und die Waffe... Verbessern. Wir hatten Ladestreifen. Genau. Dann... Hatten wir Schaden. So. Und jetzt hatten wir, glaube ich, Schaden mit so einem Endding. Der hier, ne? Ja. Ah, der hat aber, glaube ich, weniger Ladestreifen. Egal. Wenn wir jetzt mal vergleichen. 24 zu 32. Und tauschen. Cool. Dann gibt es ähnliche Waffen, bloß noch mit Verbesserung. Finde ich cool. Nein, geh weg. Ach du Scheiße. Finde ich jetzt doch nicht so cool. Ne, haben wir jetzt ein Scharfschützengewehr. Oh, bin ich hier fertig gewesen? Das war's. Enttäuschend. Na gut, wir haben eine bessere Waffe mit einem besseren Scope gefunden. Also so enttäuschend war's dann doch nicht. Wobei ich noch... Das ist mir dann, glaube ich, doch ein... ...noch lieber ein anderes Scope. So, also interessant, interessant. Das Gebäude da gegenüber gehen wir erstmal hin. Hier müsste doch eigentlich noch eine Blechdose liegen irgendwo. Ah ja, die verschwindet ja irgendwann nach Pumix. Ich hab grad'n Auto-Safe. Warum? Da wird sich ja was bewegen, oder? Ah. Pflanzen. Ecke time! Fuck you. Fuck you! Ups, das war... ...fass... Ah! Das Hecken geht mir langsam auf den Keks. Jetzt hab' ich nicht aufgepasst, wie wir hier reinkommen. Oh, hier liegt noch was. Ah, cool. Hä? Bisschen Rohr an der Seite, oder was? Ich hab' ich nicht... ...mh... 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 ...haff' ich nicht. Ah! Ist ja ganz schön tricky. Handelsressourcen. Na, wo haben wir denn die Kreide? Ah, da unten. ... ...mh... ...doch... ...mh... ...d namesываем... ...nicht... Wir müssen irgendwie runterkommen. Ah, hier. Das ist aber jetzt kein sicherer Weg, finde ich. Aber naja. So, das haben wir auch. Oh, das Törmchen hat doch nicht schlecht gemacht. Wo ist die Kreide? Wo ist die Kreide? Wo ist die Kreide übrig? Langsam glaube ich nämlich, dass er alles schon vermalt hat. Oh ja. Saufen bis zum Weltuntergang. Danke. Hä? Die Kreide nicht gefunden. Hier geht es schon wieder hoch? So. Ja. Wie schlecht. Also in seinem Alter konnte ich nicht so gut malen. Ja. Wieder wiederholen sich Patrick. Hast du geübt? Okay. Okay. Oh, no. Das ist schon abgeschlossen. Wir haben Kreide. Yippie, 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 Schweinebacke. Kreide. Und weil Kreide, diese Mission, so hart war, machen wir uns härter. Hallo, ich bin das. Ja. Yeah. Der nächste Punkt. 30, 40. Bis zu 50 Prozent wird der Schaden reduziert. Naja. Oh, hier liegt noch was. So. Ich weiß nicht, ob ich damit auch Terminator erkenne, aber... So, wir kommen hier wieder runter. Wahrscheinlich denselben Weg, wie wir hochbekommen sind, ja. Nee, warte mal. Kann ja gar nicht sein. Wir sind hier irgendwo runtergesprungen. Verfickte Scheiße. Geronimo! Wir haben uns nicht verletzt. Komm ich da hin? Oh, da ist eine Kiste. Und Minen. Oder Silberfische. Ich weiß nicht. Silberminen... Oder silberne Mine wäre noch ein cooler Name gewesen, aber... Silberfische weiß ich nicht. Nein, Katze. Ich habe keine Zeit. Ja, ich bin... Kämpfe hier gegen Weltuntergang. Es geht bergauf, Kleine. Die Moral in unserer Gemeinschaft ist nicht mehr so gut, seitdem Ed beschlossen hat, das Heiligtum zu verriegeln. Einer... Äh, ein neuer Gruppenzugang sollte die Stimmung etwas anheben. Zumindest hoffe ich das. Ihr Name ist Erin. Und ich denke, wir haben viel gemeinsam. Sie ist Ärztin und ich halte mich für eine Art spirituelle Heiler. Weshalb ich denke, dass wir gut zusammen auskommen werden. Ich muss daran denken, sie zu fragen, was sie getan hat, als diese Bomben einschlugen. Ich wette, sie hat eine großartige Geschichte darüber zu erzählen. Hat es uns auch schon erzählt. Aber mir ist das gerade nichts im Kopf geblieben. Ich weiß nur, sie hat sich von dem Macker getrennt oder sowas. Weil sie verschiedene Ansichten haben. Aber was ist doch noch etwas? So, Aussichtspunkt. Schlecht. Perfekt. Jetzt haben wir Silberfischer hier. Kein geeignetes Ziel gefunden. Jetzt ist auch so kein geeignetes Ziel. Perfekt. Jetzt ist es perfekt. 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 Das ist die letzte. Gut, mit diesen picturesen, Rippers. Wir sind ein step closer zu preparingen eine Counterattack. Ich bin zu sehen, warum Skynet nicht so fern von Ihnen. Jetzt geht es zurück zu der Schilder. Hinten war auch eine Kiste, da sind auch noch Silberfische, aber da sind ja überall diese Kackfiecher. Nein! Okay, du wurdest terminiert. Okay, dann machen wir erstmal einen Break, würde ich sagen. Ich weiß jetzt nicht, wo der nächste Checkpoint war. Ich hoffe gleich um die Ecke oder nachdem wir die Bilder gemacht haben. Na gut, wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst gerne einen Like, einen Kommentar. Und die, die es noch nicht getan haben, unterstützt den Widerstand, hinterlasst ein Abo. Ja, nur mit Abos lassen sich Terminatoren terminieren. Also, reingehauen, bis zum nächsten Mal. Ciao!